Ja, Hallihallo ihr Lieben und einen schönen Samstag wünsche ich euch. König Fußball regiert das Wochenende in Deutschland. Bundesligazeit. Aber längst nicht für alle. Für alle, an denen dieser Umstand am gestrigen Tage vorbeigegangen ist. Ein Spiel in der zweiten Bundesliga, nämlich das des Spitzenreiters FC St. Pauli gegen den SV Sandhausen, wurde abgesagt. Abgesagt, weil sich 18 Mitglieder des SV Sandhausen mit dem Coronavirus infiziert haben. Zwölf Spieler und sechs Betreuer hat es getroffen. Über den Impfstatus wurde gestern Abend in den Nachrichten im TV aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angabe gemacht. Gibt es in Teilen dieses Landes scheinbar wieder Datenschutz? Na nun, Gott sei Dank. Nicht für alle. Warum ist dieser Umstand so? Hat man Angst, dass die Anzahl der Impfdurchbrüche bekannt wird? Oder hat man eher Angst vor den Zuschauern, die ja größtenteils unter der 2G-Regel in den Stadien beherbergt werden? Man weiß es nicht. Wenn man etwas recherchiert, was ich tatsächlich getan habe und was nicht viel Zeit in Anspruch genommen hat, findet man ein Interview mit dem Mannschaftsarzt des SV Sandhausen. Überrascht hat dieser sich gezeigt über die Vielzahl an Infektionen innerhalb der Mannschaft. Aber glücklich zu gleichen Teilen mindestens darüber, dass es wohl scheinbar keine schweren Verläufe innerhalb der Mannschaft gibt, was der Mannschaftsarzt auf die hohe Impfquote innerhalb dieser zurückführt. Genaue Angaben zu der Anzahl geimpfter oder ungeimpfter Spieler hat aber auch er nicht getan. Aber ein Schuldiger wurde bereits ausgemacht, nämlich Chris Löwe, Abwehrspieler von Dynamo Dresden, gegen den der SV Sandhausen am letzten Wochenende gespielt hat. Bei Chris Löwe sollen die Spieler sich nun also angesteckt haben. Der im Übrigen auch zweifach geimpft ist, wie nach eigenen Angaben auch der Rest des FC Dynamo Dresden. Angesteckt im laufenden Spielbetrieb unter freiem Himmel, was ja eigentlich laut Aussage unserer Virologen und Experten nahezu unmöglich war, bis dato vielleicht bei einem kurzen Körperkontakt. Ich gehe nicht davon aus, dass man die Halbzeitpause in einer Kabine verbracht hat oder gemeinsam mit einem Mannschaftsbus die Heimreise angetreten hat. Was mich allerdings zunehmend auch verwirrt hat, ist der Umstand, dass Chris Löwe Mitte letzter Woche als zweifach geimpfter Positiv auf das Coronavirus getestet wurde, der laufende Trainingsbetrieb allerdings weitergeführt wurde und der FC Dynamo Dresden gestern geschlossen wieder auf dem Platz stand. So geht also Infektionsschutz in diesem Land scheinbar. Bravo!